Hallo Leute, was geht? Ich bin's, euer Leon. Ich wollte mich kurz entschuldigen, dass heute das Video für den 12., den Montag, so spät gekommen ist. Das lag an privaten Gründen. Auf jeden Fall soll das jetzt nicht heißen, dass jetzt halt die Uploads-Zeiten geändert wurden. Das war einfach nur, sagen wir einfach mal Fehler. Und es kommt immer noch um 17 Uhr raus, alle Counter-Strike folgen. Und wenn irgendwas anders ist, dann sag ich's euch. So, ciao, euer Leon.